Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei InsideWirtschaft hier aus der Frankfurter Börse. Ja, die US-Banken, die scheinen wieder ganz gut aufgelegt zu sein. Sie sind alle durch den Stresstest gekommen und zahlen auch wieder Milliarden an Dividenden. Und bei mir ist nun Jessica Schwarzer, Buchautorin. Ist die Krise für die Banken endgültig vorbei? Ja, das kann man so sagen. Die Fed hat den 34 größten US-Banken quasi attestiert, dass sie durch die Krise durchgekommen sind, dass sie besser sogar dastehen als vor der Finanzkrise. Sie haben ein verbessertes Risikomanagement. Sie würden heute eine harte Rezession relativ unbeschadet überstehen, zumindest nicht wieder in Schieflage geraten. Eine sprunghaft ansteigende Arbeitslosigkeit wäre auch Stand jetzt kein großes Problem. Das ist also definitiv ein gutes Zeichen. Und die Banken schütten über 100 Milliarden Dollar aus. Auch das eine ganz schöne Summe. Ja, allerdings. Das ist natürlich super für Anleger. Die können sich freuen. Vor allem jene, die schon vielleicht vor ein paar Wochen, Monaten eingestiegen sind bei den US-Aktien. Klar, die Börse feiert die Stresstests. Und die Dividendenerhöhung natürlich auch. Die ersten Banken haben sich schon aus der Deckung gewagt. Bank of America und Citigroup erhöhen ihre Dividende um 50 beziehungsweise 60 Prozent. Das ist eine Menge. Hinzu kommen gigantische Aktienaufkaufprogramme, das natürlich die Kurse auch stützen und wahrscheinlich sogar weiter treiben wird. Also das sieht ganz gut aus. Können auch deutsche Anleger davon profitieren? Klar, man kann natürlich die US-Aktien sich selber auch ins Depot legen. Insgesamt ist das aber auch ein gutes Signal für die Banken weltweit, dass es wieder aufwärts geht. Und ich bin kein großer Fan von Einzelinvestments für Privatanleger. Ich würde immer eher auf Fonds oder ETFs setzen. Und die profitieren natürlich dann auch von steigenden Kursen bei den Bankaktien. Jessica Schwarzer, Buchautorin. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite inside-wirtschaft.de und liken Sie unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank.